Schürrle, Schürrle schießt, Tor! Der Ausgleich! Das 2 zu 2 für Borussia Dortmund! Und Marco Reus, Tor! Da ist das Tor! Da ist das Tor! Und der Schlusspunkt, 8 zu 4, wo schreibe ich das denn auf? Das passt ja gar nicht mehr hin. Und ihr seht im Viertelfinale! Obermejang mit seinem dritten Tor!